So, jetzt sind erstmal die ersten Töne von Eddie zu hören. Eddie Smith. Ich hoffe, er würde es akzeptieren. Ich spiele 5-String-Menu im Fingerpicking, also ich bin ungeübt. Es geht aber auf dem Ton, das es bringt. Ich fange mal an. So, schlecht genug, aber um den Klang zu hören, glaube ich, reicht es. Danke fürs Zuhören.